und klopp ja klonk ja klonk dann kommen sie zu mir warten sie mal kurz abrennen und small sheet plus 1a voll gut ja die sache die hier sind echt awesome muss man schon sagen das schon wiedergegeben soll ich jetzt mal strichliste machen ja mach mal bitte schreibt mir in die kommentare das war jetzt bestimmt das fünfte mal okay machen wir unten leben taktik oder machen wir eine gescheite taktik wir probieren so mit der richtigen ich meine wir sind es ja also einfach gegen kämpfen 70 millionen todes wolken da rein schicken okay also das geht ja klar aber das dauert noch länger als kämpfen inzwischen du hast noch platz in die inventar für blut ja ja und die dache gut so geht es nicht weiter vor also ja und jetzt machen wir party machst du beschwören und hier dings nachgarten steht beschwören okay ganz schön ist voll gut es ist wieder so ein erdelementaren prinz ja sogar der prinz tatsächlich und was haben wir da noch wir haben gleich zweimal wir haben gleich zweimal beschwören also schade genau aber das reicht mir noch nicht der feuerseventar ist nicht kleiner da muss ich sagen ja das beeindruckt mich noch nicht zufalten groß der wird ich weiß deswegen fläm ich ja hier rum ach so gesundheit entschuldigung verzeih ich dir nicht okay wir blieben aber noch viel zu wenig ich habe jetzt noch gegen furchtig gemacht das erste mal das ist nun kein tolles noch können wir nein eins aber fehlt noch jetzt können wir und ich habe es noch angreifen wenn wir ihn sehen also ohne ohne reden und so ja klar ohne reden reden kann jeder okay ich bin der drache ich gehe jetzt aufs maul äh wieso kämpft euch der halberling mit einer faust kannst du mir das erklären hat er gerade angst hat er gerade geführt der kann doch mehr als ich dachte minsk ist ein bisschen rumrennen so erst mal looten aber hat leider nichts mehr wie nichts mehr ich war zu schnell ja ich meine was hat er denn dabei rote drachenschuppen hat er dabei dann hat er einen zwei händler dabei karsomir plus 50 kann aber nur paladin verwenden also verkaufen ja der ist eigentlich sonst richtig gut und dann hat er noch einen schutzumhang cloak of the shield plus oder was kann der clock of the shield heißt das ding einfach jetzt nicht so überragend ja also gut aber wir haben ihn gepackt war jetzt nicht so eine ausforderung irgendwie jeweils eigentlich relativ easy also was noch ein bisschen gebäschtert war dieser flügel schlag gut also äh weichern und wieder zurück nach abkathler habe ich gehört und dann ähm sollen wir diese wune machen ja als nächstes oder kann damit wir die komischen schurkensteine nicht mehr brauchen äh ich wollte gerade fragen was dieses schwebende schwerter macht aber hat sich erledigt was das macht schwerter haben ja genau habe ich gespielt hat habe ich mir schon gedacht du spitzbub du bist ein richtiger spitzbub doch du bist ein riesen spitzbub bist du okay wenn der ausgang da wenn du willst du da durchrennen ohne irgendwas zu bekämpfen wenn es geht die werden jetzt eh gleich wieder falsch abbiegen meine typen aus irgendeinem grund hat der halbling keine haste abbekommen vor dem kampf bemerke ich gerade ich bin immun dagegen ging dein scheiß mir keine ahnung ja gut dann haben wir ihn auch hier von der miste die ersten ist noch mal die ruhe der irgendwas wie heißt es weiß nicht aber ich sage ich dir wenn du dein halbling weiter bewegst er sollte sich eigentlich weiter bewegen er sollte sich eigentlich weiter bewegen ja ja das werde ich jetzt auch behaupten in deiner stelle äh die ich guck gerade wie es heißt warte warte ansonsten die quests krankachs ist es nicht grunel grunel ok ja ich suche gerade noch weiter er grunel ein Schluck Orangen Nektar aus der Magier heißt das Ding da gehen wir noch drin ja es läuft mit Lose Westen kann Gax machen eigentlich egal oder mhm ja wir können ja mit Kangax anfangen oder Alter sind das schon wie so Viecher lass einfach durchlaufen lass einfach gehen ok können wir da weiterreisen wenn die ja ja ich habe irgendwie rauschendes Geräusch was hast du ein knisterndes Geräusch auf dem Ohr ist das ein Lagerfeuer bei dir im Zimmer oder ist das jetzt ist weg ja das war ingame offenbar lass mal rechts raus gehen irgendwie gibt es dann ausgleich gleich oben rechts also Kangax sagst du da bin ich aber einmal noch kurz für verkaufen ja ja genau können wir auch ein Brückenviertel machen oder nicht ja ja genau wo müssen wir denn dafür überall hin wir müssen die Kanalisation ne ja wir fangen mehr am Stadthorviertel geht es los ah stimmt da gibt es eine richtig da waren wir auch schon mal drin ja ein bisschen auf hast du direkt geklopft nein ok klang grad so ja was du mal rein in das war ein Spiel ja ja ich kenne auch nicht eigentlich das ist das Spiel so pennen wir erstmal kurz hin ja klar ich habe auch immer in so einer Taverne so ein jetzt träumen wir natürlich erstmal es ist immer so hallo ja aber lass es mal ein bisschen das müssen wir uns genießen wird oft vorgelesen was du bist auf zwei Seiten und die Leiden haben ihren Teil verletzt du gehst in der Suche von dir verletzt und verletzt es ist ein Stück von dir, Missy, die in deinem Telefon in deinem Telefon mit Verletzung während eine andere Irenicus mit deiner Kraft schau 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 die Verletzung die wir hatten sehen die Verletzung die er bringt ja ok du hast sogar zaubern können vor allem so viele auf einmal in der kurzen Zeit mhm ja wir haben uns mal aufgezeigt was der liebe Johnny jetzt derzeit macht und das ist ein sehr schönes Zimmer mit einer Maus drin was war das ich glaube so viel hat der Kangaks gar nicht was hat er da nicht also so viel hat der Kangaks ich schrei mal davor und dann geh mal rein weil der Typ ist schon relativ eben cool oh ich bin ja drin mhm ich noch nicht nicht so schlimm hoffe ich er fokust halt dich das ist ein bisschen doof vielleicht und guck grad ob ich mich selber davor und taktieren kann du würdest erstmal wieder einen Zeitstopp zaubern und dann wieder bäm 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 ja ich versuche genau dieses zu verhindern oh da kann ja 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 ich würde ja nicht so viel haben wir wollen wird er sich mal wieder passieren muss aber ich muss doch versuchen die aber schild unterzusetzen da sollten wir gleich kurz rausgehen den zauberer auszlauschen lassen ja wir gehen kurz raus dafür er folgt uns nicht das weiß ich nicht vor allem ob er sich heilt das nächste frage ja aber dann hat schon ein paar zauber verbraucht was mittlerweile so viel gruppe heilen ja wir können sich hier draußen selber ein bisschen waffen kurz kommst du ein bisschen näher um mich rum manchmal hat sich die spiel ganz deutlich reagiert wieder ein oder ja okay gut ihn angreifen ja schon jetzt noch drei die wir vielleicht irgendeinem verbrauchen können ich weiß es nicht ich lasse die mal identifizieren zumindest zwei davon rad of terror katze knicken ich kann es noch die anderen hergeben da war noch dabei und ich glaube das da den verkaufen ich gleich alle und der ring den habe ich davor schon ring of the princess der ist auch ganz cool und welches kann der also der den ich jetzt schon identifiziert abmeister den der war keine ahnung rüstungsklasse plus 1 und saving throws plus 1 hatten wir davor schon ich weiß okay ja gut dann auf zum nächsten kann da müssen wir immer so an dem grab machen verdammt ich hab's gebeine von denen die man kriegen sollte ich wollte gerade sagen oder ist es überhaupt kann hier warte mal kurz nachgucken bevor wir irgendwie kann wächst nie das ist gar kein kann wachsen wo sollen wir anfangen kanäle brücken bezüge darf bezüglich so viele drei stücke fangen wir den alten kanälen an müssen wir ein bisschen und ordnung inventar schaffen noch mal kurz sind beutel voll machen denn immer voll immer voll beutel so jetzt ein bisschen platz dann gehen jetzt ins tempel wird sie in den tempel wird sich alles klar immer unten raus naja da musst du mal früher noch die cd wechseln lange ist ja ja stimmt und zwar gar nicht mehr wo das war ja auch nicht ganz ohne kanalisation genau genau und dann ist er gerade auch eine markierende gibt es nicht stimmt im alten gab es immer irgendwelchen markierung das ist komisch ich glaube ich habe ich habe schon hier da ist ein ding nach unten glaube ich das war hier naja genau das auf jeden fall ein zimmer sehr gut sehr gut ist es ist der raum den zwei großen starten oder so drei nämlich da ich es hatte ja genau ich schere innere mich war dann hat sich schon mal wieder so oder voll lassen wieder auf die geschehen weil das wobei dann können wir vielleicht noch ohne na das jeweils für sicherheit mal pennen so jetzt sind wir gott ok und wie kommt man es runter müssen ich glaube nach links oder ja da oben geht es zumindest jeder geht es wieder hoch was ist ja ernst und wieder schleim und klobäude und sonst was hin und klobäude also weiß ich nicht kurz nachgucken wo wir hin müssen ja lass mal ich glaube rechts und würd jetzt mal eher tippen aber einem noch schuhr wir haben alles aufgedeckt wir sehen sie dann gleich ja eben kann ich ja sogar gar nicht mehr das ist da wo wir den kult aufgedeckt haben und so ja ja aber eben wo es jetzt also wo es lang ging keine ahnung ist auf jeden fall großes ding hier unten lange spaß gehabt ja es sind so ewigkeiten hier da war eine junge jungen lieb schon wohl ich bin ja sag schiss dann vielleicht auch oben diese treppen dann lässt sie zu diesen treppen gehen auch wenn die nach oben gehen aber ach so hier ja aber ich gehe auch in den tempel rein kein plan